guck mal lea meinte ich hätte die welt nicht genug gefüttert hat kam im ganzen arm voll um die ecke und was essen sie jetzt und in was für einer geschwindigkeit das war mal so groß war das mal so groß und ja komm hier ist ein ohr wir hatten vorhin besuch wenn wir lieber da wer will er hat mit den welten gespielt und ich habe vergessen zu fotografieren oder zu filmen und das ist eine hübsche die beverly hat sich einer gesteckt da drin das hat schon eine hasen lecker 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 party na ich fahre nächsten sonntag nach zwolle hin da wird es wohl nachschub geben bringen wir einen sack voll mit voll hasen ohren colin colin ist abgehauen mit seinem ohr der hat irgendwo seine halsmann verloren weiß noch nicht wo mal hier so ein stück hier hast du noch ein stück knack 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 von oben kann man doch besser filmen